Hallo liebe User, hallo liebe Freunde. Heute ist wieder ein ganz, ganz interessanter Tag gewesen. Viele, viele Anfragen auf RentenBescheid24.de. Alles natürlich immer um das brennend heiße Thema Rente. Wir haben ja in den letzten Tagen viel, viel auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht. Auch ein neues Format zur Vortragsreihe in Sachen Rente. Da starten wir jetzt also ganz, ganz viele Beiträge. Lassen Sie sich einfach mal überraschen. Wir geben Ihnen weiterhin viel, viel Content, viele neue Informationen zum Thema Rente. 2023 wird ein riesen spannendes Jahr in Sachen Rente. Vor allen Dingen geht es immer und immer wieder um die Frage, wann kann ich in Rente gehen? Früher in Rente gehen, Rente mit 63, Abschläge und so weiter. Gott sei Dank ist die Hinzuverdienstgrenze weggefallen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf ein spannendes Rentenjahr. Bleiben Sie uns bitte gewogen. Schauen Sie auf dem YouTube-Kanal nach. Ich wünsche Ihnen alles Gute.